Mein Haupttipp ist vor allen Dingen Perspektivwechsel zu betreiben. Also möglichst häufig Wissen sich anzueignen von ganz neuen Bereichen. Durch Erleben aus anderen Einheiten oder Unternehmen, aus der Wirtschaft, in die Medien, in die Agentur, in die Politik, zurück in die Wirtschaft zu kommen, aber möglichst sich zu verbreitern. Für mich war interessant, auf welchem Niveau hier diskutiert wird, welche Fragen kamen. Durchaus auch Einschätzungen und Einblicke natürlich aus den Unternehmen, die hier vertreten waren. Und für mich ist es interessant, einfach mit den Informationen wiederum nach Hause zu fahren, mir weitere Gedanken zu machen und zu überlegen, was für mich das jetzt bedeutet in meiner Funktion, die ich heute habe. Für mich war es also ein persönlicher Perspektivwechsel.